Hey, warum lässt du dich als Chef aus der Ruhe bringen? Durch welche Situation? Warum bist du als Chefin getriggert? Durch welche Menschen? Was passiert, wenn wir unseren Fokus verlieren? Heute geht es hier um Trigger und Triggerwarnung für Chefs und Chefin und ein ganz wichtiges Thema, denn wenn du sehr oft aus der Ruhe kommst, kostet dich das bis zu 50% deiner Arbeitszeit. Das heißt, wir sprechen hier von echtem Leistungsverlust, von Lebensverlust, von Arbeitszeitverlust, von Umsatzverlust, aber auch für dich vor allem ein Verlust von Lebensfreude. Denn während du dich ärgerst, kannst du keine gute Laune haben. Das ist ja oft klar, aber warum machen wir das trotzdem? Und warum kommen wir nicht aus diesen Triggern raus? Eine Unternehmerin, mit der ich zusammenarbeiten darf, erzählte mir, wenn sie total vertieftes Konzept und ganz konzentriert ist, weil sie gerade in ihrem Schulungsbereich an einer neuen Konzeption für ihre Kunden arbeitet und ein bestimmter Kunde meldet sich bei ihr, ich habe ein großes Problem, jetzt muss ich die sprechen, lässt sie alles stehen und liegen und kümmert sich sofort um diesen Kunden. Das hat dazu geführt, erzählte sie mir, dass das Konzept, an dem sie arbeitet, mittlerweile seit drei Monaten nicht vorwärts geht. Drei Monate für ein Konzept, für das sie normalerweise fünf Tage braucht. Sie sagt, ich weiß es nicht warum. Wenn dieser Kunde sich meldet, bin ich viel elektrisiert und ich muss helfen. Und danach habe ich total schlechte Laune, bin auch gereizt und unruhig, lasse das manchmal sogar an meinen Mitarbeitern aus. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was genau passiert denn da mit mir? Warum lasse ich mich so aus der Ruhe bringen? Und als wir über das Thema gesprochen haben, war noch ein anderer Geschäftsführer mit in dem Call und der sagte, komisch, das passiert mir nie, aber mir passiert das mit einem Mitarbeiter. Wenn der eine Frage hat, bin ich auf 180. Denke ich so, hat der jetzt nicht gesehen, dass ich jetzt gerade hier komplett in einer anderen Sache stecke? Muss ich das jetzt schon wieder erklären? Und dann sagt er, dann erkläre ich gar nicht den Inhalt, sondern erkläre ich dem Mitarbeiter, warum ich nicht bereit bin, das zu erklären. Das ist auch schon mal passiert. Dass du dann gar nicht sagst, worum es geht, sondern eigentlich ist die Sache wieder für den Mitarbeiter gelöst, weil du ihm eigentlich nur erzählt hast, dass er dich nicht stören soll. Das ist aber sehr facettenreich. Nicht so lösungsorientiert, oder? Und trotzdem machen wir das. Warum passiert das? Und was kannst du tun, was können wir tun, um als Chefin, als Chef in der Ruhe zu bleiben, im Fokus zu bleiben? Darum geht es heute in der Folge. Siki hier. Hallo erstmal, schön, dass du mit dabei bist. Und wenn du bis hierhin dabei geblieben bist, kann ich dir sagen, dass das für dich auf alle Fälle ein Thema ist, denn Trigger sind kleine Mistviecher im Arbeitsalltag von jedem Geschäftsführer, von jeder Chefin, von jedem Chef, von jedem Berater. Das sind einfach kleine Mistviecher. Und die kann man nicht einfach so abstellen. Warum ist das so? Naja, es gibt drei Evergreen-Gründe. Also Gründe, die es immer wieder gibt. Und das habe ich in den letzten 15 Jahren mit tausenden von Geschäftsführern, Führungskräften, Leadern, Vorständen immer wieder gesehen. Wir haben das dann auch getrackt. Also wir haben dann sozusagen auch Statistik geführt, weil ich wirklich wissen wollte, was sind denn die Kerntrigger, weil wir können sie nur auflösen, wenn wir sie kennen. Und da haben sich sozusagen drei Favoriten herausgebildet. Vielleicht hast du auch schon mal von denen gehört. Solche Trigger entstehen im Laufe des Lebens, wenn drei Sachen verletzt sind. Also eine von den drei Sachen. Entweder gibt es verschiedene Ziele. Es gibt also einen Konflikt, einen Zielekonflikt. Oder es gibt einen Konflikt zwischen deinem Bedürfnis und dem Bedürfnis von jemandem anderen. Oder es gibt einen Wertekonflikt. Was, glaubst du denn, ist am schwierigsten und derjenige, der am meisten reinhaut? Was ist der Trigger, der am meisten detoniert? Das ist eine spannende Frage. Und die richtige Antwort ist, es gibt einen Sieger, der hat aber nicht unbedingt Aussage für dich, ob es auch dein Sieger ist. Was dich am meisten triggert, hängt nämlich damit zusammen, was für ein Charismatyp, was für ein Persönlichkeitstyp du bist. Ja, also was ist dir besonders wichtig? Nichtsdestotrotz, ob du eher Zieleorientiert bist oder eher Faktenorientiert oder dir eher die Stimmung wichtig ist, also ob du eher ein Beziehungstyp bist, als Kernausrichtung oder ob du noch ein anderer Charismatyp bist. Es gibt ja noch mehr. Hat trotzdem einer gewonnen. Ganz knapp. Und über den möchte ich sprechen. Was glaubst du, was ist das? Bedürfnisse, Ziele oder Werte? Richtig. Werte. So, wenn du jetzt auf was anderes getippt hast, sagt das ein bisschen was über deinen Charismatyp schon aus. Du hast schon mal eine kleine Tendenz, wo es vielleicht da auch eine Ambivalenz geben könnte. So, das heißt, eine Chefin, ein Chef ist dann am meisten getriggert, wenn das eigene Wertesystem verletzt wird. Was Werte sind und warum die so wichtig sind, findest du auch übrigens hier, wenn du jetzt hier bei YouTube das dir anschauen solltest, aber auch sonst im Podcast, gibt es eine sehr, sehr ausführliche Podcast-Folge zu Werten. Und die kann ich dir nur ans Herz legen, weil ich gemerkt habe und wir das auch an den Ergebnissen unserer Kunden sehen, wenn das Wertesystem wieder stimmt, stimmig ist, dann ist es viel einfacher, die Ruhe zu bewahren als Chef, weil dann hat man wie so einen Kompass. Also kannst du dir sozusagen, wenn das für dich ein großes Thema ist, gerne mal noch anhören. Ich lege dir das mit in die Shownotes, da musst du nicht lange suchen. So, Wertesystem, warum ist das so wichtig? Naja, zu Werten gehört sowas wie Sicherheit oder Anerkennung oder Freiheit oder Verantwortung oder Wachstum, Harmonie und und und. Und das Wertesystem ist bei jedem Menschen anders. Das hängt auch ein bisschen davon ab, tatsächlich als wer man gekommen ist, als wer man von seiner Essenz, von seinem Grundtyp her ist. Und wenn dieses Wertesystem verletzt wird, dann merkst du das, weil du solche Sätze zum Beispiel denkst wie, das kann man doch so nicht machen. Oder das musst du ja doch endlich mal verstehen. Oder das habe ich ihr doch schon tausendmal gesagt, das macht ihr doch nur, um mich zu ärgern. So, also das sind so drei so Indizien, wo du merkst, es kollidiert mit dem Wertesystem. Und das Wertesystem ist das, was am allerwichtigsten ist. Also was ich dir auch empfehle, das ist jetzt ein Disclaimer, ja, also wenn wir unsere Kunden beraten, was für Mitarbeiter passen, ist so eine Geschichte auch immer, das Wertesystem sollte deckungsgleich sein, also es gibt es nur Konflikte. Ja, wenn der andere sozusagen so das mediterrane Gefühl hat von Pünktlichkeit und für dich ist aber super wichtig, dass es genau irgendwie, wenn es um neun ist, um neun losgeht und nicht neun um fünfzehn, dann ist es ganz wichtig, dass du auf die Sachen, die für dich wichtig sind als Geschäftsführer oder als Chefin, dass du darauf auch wirklich dein Augenmerk legst. Weil ich kann dir sagen, ein Wertesystem baut der andere nicht um. Und das gilt auch für Dienstleister, also für jeden, mit dem du zusammenarbeitest, checkt das Wertesystem aus. Das ist übrigens ein ganz heißer Tipp, der ist richtig hot, weil ich einfach gesehen habe an den Ergebnissen, weil ich auch immer gedacht habe, warum geht denn das hier schief? Warum sucht sich der Unternehmer, der eigentlich top ist, so komische Dienstleister, die irgendwie ihren komischen Spittel da machen, es aber einfach nur gut verkauft haben, aber dann kommt erst mal ganz lange nur heiße Luft, dann kommen Erklärungen, dann kommen Rechtfertigungen, dann kommt der Satz, es wird alles besser und nichts wird besser. Warum passiert das? Weil du gedacht hast, dass der andere das gleiche Wertesystem hat wie du. Du hast es gedacht. Wir nehmen das ganz oft an. Mir ist es auch schon passiert, dass man es einfach so annimmt. Nö. Nö. Es kann sein, in dem Wertesystem von dem anderen ist zum Beispiel ganz oben Individualität. Und dann haben die ihren eigenen Weg von Individualität. Oder ist einfach viel Geld verdienen und dann ist es irgendwie relativ egal, ob dann, hauptsache Kohle ist erstmal da, Leistung, naja, kann ich ja dann nochmal rechtfertigen, wenn es nicht so gelaufen ist. Verstehst du, das, was du da denkst, muss nicht das sein, was andere denken. Mir ist zum Beispiel auch schon passiert, das ist, mir ist es super wichtig, was man sagt, macht man. Und was man macht, sagt man. Das ist bei uns ein ganz wichtiger Unternehmenswert, Integrität. Das heißt, wenn wir was sagen, machen wir es auch. Fertig. Mehr Chi-Chi ist gar nicht drin. Deshalb war ich über Jahre entsetzt, wenn mir jemand anders gesagt hat, ob das ein Mitarbeiter war oder ein Kunde oder ein Dienstleister. Ja, das mache ich so. Und dann wurde das nicht gemacht. Ich war da so, was? Aber hat er doch gesagt, hat sie doch gesagt. Bis mir mal mein Mentor gesagt hat, bist du naiv? Das will der sich auch noch mit mir anlegen. Nee, der hatte recht. Weil am Ende des Tages muss das Wertesystem passen. Und deine größten Trigger als Chefin, als Chef kommen aus einem Nicht-Zusammenpassen vom Wertesystem. Es passt nicht. Der eine will so, der andere will so. Du hast einen gemeinsamen Nenner, aber wenn die Qualität stimmt, soll, muss es so sein. Und das gilt für alle, für deine Kunden und auch für deine Mitarbeiter. Und hier kommt zu diesem Wertesystem Hilfsbereitschaft dazu. Also die Unternehmerin, die mir das dann auch erzählt hat, einfach gesagt hat, ich springe. Ja, wenn mein Kunde, dieser eine Kunde, wenn er so macht, springe ich. War bei ihr, als wir den Charisma-Typ-Test gemacht haben, haben wir gesehen, dass sie ein Wertesystem hat als Unternehmerin, was völlig anders ist als Privatperson. Und welches wird denn wohl gewinnen? Richtig. Das hinten verdeckte als Privatperson. Und daran konnte sie sich gar nicht mehr erinnern. Und in diesem Wertesystem war bei ihr ein ganz, ganz großer Wert Hilfsbereitschaft. Und zwar Hilfsbereitschaft mit einem ganz bestimmten Typus Mensch. Und in dem Fall war das halt einer, der so eine Mischung war aus passiv-aggressiv und sehr dominant. Und dann ist sie gesprungen. Und natürlich hatte das eine Geschichte, wie so oft in der Vergangenheit. Und als wir das dann aufgelöst haben und noch dazu ein charismatisches Mindset gebaut haben, ist sie in ihrer Ruhe geblieben. Wir haben ein neues Wertesystem aufgesetzt, aber wir haben noch ein paar andere Sachen gemacht. Wichtig ist in diesem ganzen Prozess, und das ist wichtig, dass du das verstehst, es geht nicht einfach nur so. Mit dir ist nicht was nicht richtig, dass du aus der Ruhe kommst. Sondern es gibt einfach einen blinden Fleck. Ja? Das ist einfach ganz normal. Wir haben alle blinde Flecke. Und ich habe von Menschen, die sagen, ich brauche keine Beratung, ich weiß schon alles, für denen habe ich die meiste Angst. Weil du bist zu dem letzten Atemzug, wo wir atmen, lernen wir. Und ein Chef, der nicht schafft, eine Chefin ganz, sie selbst zu werden, hat ein dauerhaftes Problem. Nämlich immer wieder aus Ruhe zu kommen. Und wenn du dich jeden Tag nur eine Stunde aufregst, nur eine, oder nur einmal in der Woche eine Stunde, weißt du, was das bedeutet? Da hat es mich damals aus den Latschen gehoben. Es bedeutet, dass deine Biochemie für drei Tage, wenn du dich so richtig fett aufgeregt hast, erhöhte Entzündungswerte hat. Das heißt, deine Biochemie verändert sich so stark, du übersäuerst, wir sagen ja auch, da bin ich sauer geworden. Richtig. Dein Gehirn hat zugehört, du bist auch komplett sauer geworden. Und saures Blut produziert jede Menge Entzündungswerte. Das heißt, wir machen uns auch noch zusätzlich krank. Es ist der absolute Wahnsinn. Und deshalb bedeutet es, ein richtig ausgeglichener Chef zu werden. Damit meine ich keine Schlafftablette. Du kannst schon deine Gefühle haben. Du kannst schon mal raushauen. Aber ohne, dass du dich sinnlos von immer den gleichen Situationen und den gleichen Menschen und den gleichen Verhaltenswerten und Weisen aus deine Ruhe bringen lässt. Sei gut mit dir. Du hast das verdient, dass du für dich eine Klarheit finden kannst. Das heißt, lass mal dein Wertesystem checken. Check das mal selber. Und dann wachse aus diesem alten Muster raus. Du brauchst das nicht mehr. Ja, vielleicht konnte ich dich hier inspirieren. Das wäre mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Weil ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man dann den Fokus verliert. Wegen irgendwelchen alten Verklebungen aus der Vergangenheit. Wegen irgendwelchen alten Kram, mit denen man eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Und viele, die zu uns kommen und sagen, sag mal charismatisches Mindset, mach mich charismatischer. Ja, das können wir. Das können wir mit unserer Methode auch sehr schnell. Nur erst mal muss der alte Schüssel entknotet werden. Und da ist es mir immer ganz wichtig, dass das effizient ist, dass das nachhaltig ist, dass das leicht ist und unkompliziert. Denn wir alle, also alle Geschäftsführer, die ich kenne, mit denen wir arbeiten, alle Chefin, ich weiß nicht, ob ich die anziehe, aber die haben alle wenig Zeit. Und deshalb ist es wichtig, da eine effiziente Methode zu haben. So du dir sagst, verflixt, ich lasse mich auch zu oft aus der Ruhe bringen und ich möchte nachhaltig ein ausgeglichener, souveräner Chef sein und eine ausgeglichene, starke Chefin, dann kannst du auch gerne dich mal melden. Dann vereinbaren wir hier einen Termin, sprechen miteinander und dann gucken wir mal, wo dein Trigger ist. Das können wir dir relativ schnell sagen. Und ja, was für dich ein schneller und effizienter und leichter Weg wäre, das zu lösen. Für den heutigen Tag nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Bevor du sofort handelst, sag dir mal innerlich eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und erst dann machst du irgendwas. Vorher nicht. Vielleicht hilft dir heute schon diese kleine Unterbrecher, bevor du nachhaltig rangehst und es wirklich komplett aus der Welt schaffst. Sei echt, sei du, trau dich du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.